Ja, bitte. Ah, hallo. Und zwar, es geht darum, du bist schwul. Das ist witzig. Ja, bitte. Ihr könnt heute noch ein Treffen mit Mandy gewinnen. Was hält das denn davon? Davon weiß ich ja noch nicht. Sehr gut. Mandy, als Senkrecht. Bitte, wie willst du mich denn verkoppeln? Warte, nein. Das war nur für mich. Das war nur, um die Leute zu locken. Weißt du, Mandy? Das war nicht so gemeint. Hey, ich verstehe. Mandy, ganz kurz, warte, bevor du was erzählst. Warte ganz kurz. Du bist heute siebenmal durchgekommen oder so. Wie machst du das? Das ist ja unfassbar. Fünfmal. Ja, das ist der Mumu-Telefon-Trick. Ach ja, stimmt. Zuallererst mal muss man telefonieren können, genau. Du bist mit der Mumu. Alles klar, okay, ja. Ich stehe mit dem Kip da. Ich verstehe. Ne, pass auf, was ich dir erzählen wollte. Und zwar nochmal zu dem Thema heute. Zu den dummen Flipflop-Kanten da. Bin gespannt. Pass auf, ich habe letztens wieder eine gesehen. Ja. Und man muss dazu sagen, nicht jeder kann High Heels tragen. Das muss ich bestätigen, weil es gibt Frauen, die versuchen, mit hochhackigen Schuhen zu laufen. Ja, das sieht geil aus. Ey, und die kriegen das Knie nicht durchgedrückt. Kennst du das? Ja, ja, das sieht super. Das sieht so scheiße aus. Also die laufen... Genau, die laufen quasi wie, als würden sie die ganze Zeit auf Toilette müssen. Ne, pass auf, weil dann gibt es noch solche. Ja, wie? Welche? Die ziehen die Tappen an. Ja. Und bei jedem Schritt wollen die nach Öl. Weil sie nach unten so... Weil die so schwer sind, Mann. Genau, na logisch. Ja, natürlich. Das gibt's dann... Ne, das muss man schon... Das muss gekonnt sein. Ja, sag mal, Mandy, jetzt erzähl doch mal den Zuschauern, wie viele Schuhe du denn hast. Ach, es geht. 60? So 60 Bar habe ich. Aber ich denke, es hält sich in Grenzen für eine Frau. Mandy, ganz kurz. Der Chefkoch, ich soll dir was vom Chefkoch sagen. Na? An alle Frauen, die mit High Heels nicht laufen können, sagt der Chefkoch... Ich bin kurz in der Volkshochschule. Warte, warte, ganz kurz. Sagt der Chefkoch, wichtig ist, dass sie liegen können damit. Ich wollte ja sowieso jetzt so einen Kurs an der Volkshochschule. Das wäre eine geile Idee, Mandy. Du zwischen den ganzen körnerfressenden, linksradikalen, Birkenstockträgerinnen... So, was ich eigentlich doch keine Nutte ist. Sehr gut, Mandy, war ein Insider, sehr gut. Du wirst die Referendarin, die High Heel Referendarin an der TU, FU, wie auch immer. Könnt ihr euch aussuchen. Das ist eine geile Idee, ne? Machen wir. Stimmt, weil dann kriegen wir auch diesen Ballettwahnsinn aus der Stadt raus, ne? Und ich krieg noch Geld, dafür, dass ich Schuhe trage. Du kriegst Geld und wir können währenddessen noch ein Video machen, das bei Ebay verticken und was nicht alles. Wir werden reich, Max. Und mir geht auch noch eine ab. Ja. Ja. Verstandst du? Wir werden steinreich, Mandy. Das machen wir. Reich durch Töppenterror. Hm, Töppenterror. Ja, genau. Mit dem Töppengott. Genau. Oh ja, Max, der geht mir schon wieder eine ab. Ja, mir doch auch. Hm. Sehr schön. Komm, jetzt erzähl mir doch ein bisschen auf, was du noch stehst. Kann ich dir genau sagen. Ich stehe ja ganz fürchterlich auf halterlose Strümpfe. Hm, welche Farbe? Äh, Pink natürlich. Hab ich auch. Hast du da? Klar, es gibt nämlich so einen geilen Strumpfladen in Berlin. Der ist voll winzig, aber die haben alles. Wie kommst du denn, wie hast du denn deine Stimmung so plötzlich gedreht? Von ganz geil auf weniger geil. Aber nee, das war so fordernd. Das hat sich so angehört, als würdest du... Das war so, dass ich zwar so jetzt, Max, dass du jetzt da hin musst und mir ganz viel... Ganz genau, ich hab's genau. Du wolltest von mir... Du wolltest, dass wir... Dass ich dir da Strümpfe kaufe und Töppen und so. Genau. Ja, ja, ist mir schon klar. Wenn ich daran wieder denke, hm? Ich verstehe das ganz genau. Ich weiß genau, was du vorhast, Menden. Ich komme jetzt gerade auf meinem Bett. Ja? Was hast du gerade für Schuhe an? Na, immer noch die, der die Ate ist. Immer noch, ja? Mhm. Und was für Strümpfe? Keine Strümpfe. Die hab ich ja noch nicht. Du musst mir ja noch kaufen. Mach ich doch, Mandy. Ich brauch eine für dich. Machen wir, Mandy. So... Ist mir vollkommen wurscht. Kannst du halten wie ein Dachdecker. Okay. Ja? So, Mandy, denn... Jetzt wollen wir aber aufhören, sonst wird das hier ganz schlimm. Okay, dann schreibe ich dir, wo der Laden ist und warte auf, wenn ich eine Strümpfe kaufe. Kriegste. Machen wir alles. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich würde das später machen. Ciao. Ich verscherbel mich nicht. Bitte? Verscherbel mich nicht in der Sendung. Verscherbeln? Na, hier irgendwelche Dates. Nein, mach ich nicht. Das ist doch mit anderen Mandys, weißt du? Ach so. Ich meine noch die aus der Zone. Die weniger geilen. Du bist ja nicht aus der Zone. Die anderen sind ja aus der Zone. Hm? Die weniger geilen, die verscherbel ich. Verstehst du? Ich würde auch niemals sowas Wertvolles wie dich verscherbeln. Denk dran, ich darf das. Auf was? Auf was? Ich verstehe kein Wort. Ich stehe auf Kötzen. Ja, ich weiß. Sehr gut. Mandy? Ich besitze nicht mal ein paar Ballerinas. Du bist die allerschärfste Frau. Du bist die... Ich laufe in der Wohnung in High Heels. So muss es sein. Da könnt ihr euch alle eine Scheibe dran abschneiden, liebe Mädels. Ich bin mal ernsthaft, das müssen wir wirklich alle machen, weil ich finde das so schlimm. Ganz genau. Wenn ich die Frauen auf der Straße sehe, in mir kommt die kalte Kotze hoch. Es ist so abartig, wie die rumlaufen. Alter, die haben so scheiß dick Ballerinas an. Mit ihren fickschleppen Beinchen dazu, Alter. Und dann noch irgendwelche Leggings unter Mini. Ich könnte kotzen. Richtig. Und... Ich könnte mich darüber jedes Mal so aufregen, ey. Leute, ganz kurz. Mandy, ganz kurz. Ich will ganz kurz was Wichtiges sagen. Ich habe so ein komplettes Blasenpflaster gemacht. Mandy ist nicht gekauft von mir. Und diese dummen Tanten, ja? Genau. Ich könnte mich darüber echt aufregen, ne? Das ist das Allerletzte. Das macht mich so aggressiv, ne? Nicht noch viel aggressiver. Ey, das könnte ich ausrasten könnte ich da. Genau so. Boah. Das ist das Allerletzte, oder? Ich bin nicht vom Wüten. Genau. Ja, Mandy. Ich muss jetzt einer in die Fresse hauen. Mach das. Ich gehe jetzt raus. Renn ja überall rum. Kannst du wie ein Brumpen kreisen. Kannst dich drehen und ständig... Allen vor die Zwölf, genau. Allen vor die Zwölf. Ey, in zwei Wochen. Ich bohre denen meine Fingernägel in die Fresse. Das kannst du machen. Sehr schön. Mandy, in zwei Wochen wieder anrufen. Mach ich, mein Schatz. So will ich es hören. Und dann geht es richtig rund. Dann gibt es dir den Übertöppenterror. Dann zeige ich dir meinen neuen Schatz. Wir, 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 Mandy. Wir beide haben die Aufgabe, wir müssen verbreiten, dass die Ladies in der Stadt endlich auf den Geschmack kommen. Und mit Dackenpo rumlaufen. Ganz genau. Das ist auch viel ästhetischer, als hier mit Ballerinas durch die Gegend rennen. Ich glaube, ich spinne. Eben. Ganz genau. Mach den Ballerinas. Richtig. Sehr gut, Mandy. Schönen Abend noch. Okay, Dito. Ciao. Du bist drin. Du bist raus. Ja, bitte. Hey, denn zu lange haben wir ihn gesagt. Ja, du bist schon wieder raus. Ja, bitte. Mandy hat einen Freibief. Bitte. Ihr Tönt. Dieser Anruf kostet Sie bei U-Call nur 89 Cent pro Minute. Bitte bestätigen Sie nach dem Signalton die Annahme des Gesprächs durch Drücken der Tasten 1 und 9. Vielen Dank. Sie werden jetzt verbunden. Ich glaube, das war falsch. Mit wem? Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Scheiße, ich leg mal wieder auf, was? Nein, wer ist denn da? Ich wieder. Das kann Gag werden. Sag mal. Das ist ja wohl unfassbar. War eine coole Nummer. War eine geile, das war mal eine Idee. Das hätte was werden können, aber war nichts dahinter. Ja. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hier ist Uschi. Ey, Uschi, was ist los? Uschi mit der? Warte mal, ich gebe dir Luschi, ja? Warte mal. Muschi, gib mir Luschi, okay. Hallo? Hi, Luschi. Du hast ein Monster am Bein. Was habe ich? Wer hat ein Monster am Bein? Du hast auch ein Monster am Bein. Du hast ein Monster am Bein. Ja, du hast auch ein Monster am Bein. Jetzt gib mir sofort die Muschi wieder. Weißt du, was Mandy ist? Was ist mit Mandy? Die ist eine blöde Kuh. Von wem Ballerina ist das dumm? Die ist eine hässliche Mutter. Mandy ist die Allerschärfste und dafür drücke ich dich jetzt raus. Dafür drücke ich dich raus. Du bist doch wohl das letzte Ballerina-Mädel überhaupt auf diesem Planet.